Hallo und Willkommen zu Jacks World. Ich bringe nur schnell noch die Felsspitzen-Position. Klar, Felsspitzen kann abgesetzt werden. Nach oben und zack. Felsspitzen kann ausgeklappt werden. Ich habe euch ein paar Traktoren von Jacks Farm mitgebracht. Den habt ihr schon gesehen, ist der Marcel Föhrersen mit der Felsspitzen. Das ist ein John Deere Traktor, ein John Deere 69-20. Es geht weiter auf der anderen Seite. Das ist ein Glas mit einer Glasbalmpresse. Sie ist auch so mit Wohl, hat hinten wie immer sein Code drin. Das ist wie immer zwei Glassachen von Blatt. Hier handelt es sich zu unserer Weise aber um ein kleines Glas Snacktiss. Er ist nicht so stark und kann auch nicht mal einen riesigen Fan sehen. Weil heute haben wir natürlich auch den Fan dabei. Der größte Fan, den es gibt. Und tatsächlich unser stärkster Traktor ist aus der Fentausend-Serie der Fentausendfünfzig. Aber er, er ist nämlich, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein riesiger, schwerer Traktor. Den bekommt kein Glas weg. Außer vielleicht der Glas Therion, bei der wir den wahrscheinlich auch nicht packen. Hier haben wir ein neues Modell von Pudel. Es handelt sich um eine Ecke, aber eine Ecke, die weiter in die Erde geht. Es ist ein Scheibengrubber und jetzt packe ich ihn mal aus. Hoppla. Das ist unser heutiges Modell, sehr groß, sehr, sehr, sehr groß. Extra eine Anleitung. Möglichst hier sind sehr viele Sachen drangemacht. Und weil sie keine Räder hat, muss ein Traktor sie hochheben, um auf der Straße zu fahren. Der John Deere, den wir als zweite Zeit haben, der soll sie. Vielleicht sehen wir mal, wie sie aussieht. Die Flugschare muss man einzeln eintreten, sehr, sehr mühsam. Und das ist die Anhängerkupplung. Muss auch noch angesetzt werden. Sehr schwierige Arbeit. Das ist das Heft. Aber sie sieht nicht so besonders aus. Wollt ihr auch mal gucken? Den haben wir schon umgebaut zum RC Racer. Der Scheibengrubber ist von der gleichen Firma wie unsere Saatmaschine, nämlich von Lemkin. So, der Scheibengrubber ist fertig zusammengebaut. Und wir koppeln ihn jetzt mal an unseren John Deere, wie ihr wisst. Guck, der kann die so hochheben. Koppeln und runtersetzen. Dafür ist das Teil da oben gemacht. Damit ziehen sie sie nach oben. Das geht nach oben, nach oben. So, fertig ist das Anbau-Szenen. Das heutige Video von Scheibengrubber hat euch das gefallen oder nicht. Tschüss. 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 Musik Musik